Die Produkte präsentieren, wie die Produkte sind direkt aus Thailand gekommen. Das heißt, sie macht hier eine kleine Thailand-Reise, hier auf der Kuno-Woche und dabei können sie auch sehr viele Sachen und Produkte mitprobieren und manche haben auch einen zu erwerben. Lassen Sie diese Gelenke nicht entgehen, nehmen Sie dann nützlich die Zeit und ja, jetzt machen wir was Besonderes. Die thailändische Botschaft rät unter sehr interessanter Persönlichkeit. Diese Bail wird für uns beide kochen. Ich lass mal Bail von sich was erzählen. Wir begrüßen Sie erstmal zur Vatilfa. Das ist ein thailändische Begrüßung von uns. Sie alle sind hier, herzlich willkommen auf Thailand haben wir auch gekochen. Was kochen Sie denn jetzt Bail? Hallo und herzlichen Willkommen zum Thailand Abilion. Wir haben wirklich das Geht, ein Stückchen Thailand in Deutschland zu bringen. Ich habe Crayntracker gegründet, wirklich mit der Mission authentisches Thailand, authentisches Asien in Deutschland zu bringen. Und wir kochen heute gerne Massaman. Das ist Massaman Curry. Das Wort Massaman kann eigentlich nur mal Russland. Und da sieht man auch diese thailändische Küche. Der Einfuß wurde von indisch-persischen und balkanesischen Augsleuten. Und dieses Curry ist wirklich ein supermanes Curry voller Aromen. Da sind Gewürze drin, wie Kokuma, Kreuzkümmel oder Zimt. Wegen dem Einfluss von persischer Abstammung haben wir auch dann etwas übernommen, aber in thailändischer Art kombiniert. Und das heißt, dieser Curry wird ja ein bisschen was anderes schmecken. Genau, das ist ein bisschen anders zu dem klassischen thailändischen Green Curry, wo nur frische Kräuter drin sind. In diesem Curry beim Massaman Curry haben wir frische Kräuter, getrocknete Gewürze und auch getrocknete Chimis. Und in Thailand, die ja in Thailand geboren oder aufgewachsen sind, wenn man in Thailand da aufwächst, die haben dann in der Schule ein Gedicht auswendig über das Massaman Curry. Das Gedicht wurde geschrieben zum zweiten König in Thailand. Jetzt haben wir schon zehn Könige, das Gedicht steht acht Generationen alt. Und wer das Gedicht aussah, kann der Kompratis auch bloß von mir. Nee, das ist gar nicht so schwer. Was soll man gerne haben, wenn man die Frau kommt rein, Schalgei, Deifingang, Reimjagd, 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 Reimjagd. Okay, so, bevor wir Curry machen, oder wenn wir Curry machen, muss die Currypasta erst im Leben erweckt werden. Die ganzen Ätherischen Brüder müssen die nicht mehr machen werden. Das kriegt man zwei Mal, einmal durch Gewalt. Das haben wir schon gemacht bei euch. Wir haben die ganzen Käufe zu Pasten verarbeitet. Und einmal durch Witze. Das heißt, wir müssen jetzt die Currypasta antragen. Diese Paste hat der ja mitentwickelt, oder? Genau. Die Idee ist entstanden, dass solche Pasten ja nicht in den Kochwurst zu machen. Und die Kochpaste von mir, meine Kunden sind auch faul. Und dann haben wir gefragt, ob wir noch sowas kaufen können. Und diese Paste sind bekanntlich nur für meine Kunden gekült worden. Aber es ist so erfolgreich, dass wir jetzt in den Park gegangen sind. Und das kann man erwerben. Und es ist offene Sischland bei mir oder bei Wien. Genau. Also wirklich ein Stück in Aasen. Dann Stück in Aasen nach Berlin gebracht. Ja, und auch der Wässer kostet auch die Paste. Dünnen Sie Gas im Supermarkt. Wir machen das dann so Humorisch. So, wir zeigen Ihnen. Und Sie können ja mitprobieren. Und das weg. Ja, gucken Sie mal, wie der thailändische Massemann irgendwie kommt wird. Und wie lange es dauert, dann werden wir mal zusammen gucken. Ja, und Belle, was hast du dann in der Pfanne jetzt gemacht? Ich habe da vorne, wie gesagt, etwas Kokosöl reingetan. Und darin werde ich jetzt die Masse- und Currykastel angrasen. Und das soll dann wirklich kurz zwei, drei, drei Minuten werden, damit es den Kuchen entwickelt, damit es den Geschmack entwickelt. In der Zwischenzeit schneide ich meine Kartoffeln. Klassisch wird das Masse mit Curry die Kartoffeln gegessen und mit Zwiebeln. Ja, wir sind im Thai-Pavion. Wer Interesse hat, kommen Sie einfach mal in ein kleines Päuschen hier. Wir kochen jetzt Thai-Massemann-Curry. Ah, heute gibt es sogar vegetarisch. Und da werden Sie mal probieren, wie vegetarisch auch schmecken. So Massemann-Curry. Dieser Curry ist etwas Besonderes, weil der Curry, wir haben ja von der persischen Küche übernommen, aber in thailändischer Art kombiniert und verfeinert. Und Sie werden dann mal etwas anderes vom thailändischen Curry mal erleben. Und Siebel hat dann jetzt Kartoffeln in ganz kleine Stücke geschnitten, damit der Garzeit ein bisschen gekürzt wird. Ja, wir machen jetzt am Kochkurs die Light-Version. Sie sagen, dass wir die Kochwürsten innerhalb von 2-3 Stunden, 4 Stunden leeren machen wir jetzt in 30 Minuten. Die Kartoffeln sind normalerweise in etwas größeren Stücken, traditionell. Aber wenn es schnell geht, sollte dann sehr, sehr kleine Gewürze schneiden, damit es sehr gut abgaben. Ich hätte gestern Abend gleich einen Kochkurs mit einem Massemann-Curry gemacht haben. Und es riecht so wunderbar. Und wir haben, glaube ich, in Gesamt für das Curry zehn verschiedene Kokke Gewürze eingetan. Und bei uns lernen wir auch tatsächlich ganz viel über Gewürze kennen. Und nicht nur über Gewürze und über Essen, sondern auch über die Esskultur, wie die Menschen sich dem Buch anhauen. Und das ist wirklich, wie wir sagen, wir versuchen mit dem Crying Tiger Kokkursen nicht nur Essen zu vermitteln, sondern auch generell über Wissen über Land, Menschenland und Kultur zu vermitteln. Weil das wird auch alles passiert. Sehr, sehr interessant gibt es. Und hier ruft es auch schon langsam. Die Kölpaste müsste ich ja mit Kartoffeln und Kokosmilch, hast du da, ne? Und man soll ja nach und nach reinwiesen mit Kokosmilch, oder? Du darfst absolut recht. Die Kokosmilch bitte nach und nach hinzufügen, damit wir die Konsequenz kontrollieren können. Manche mögen es etwas griebiger, manche etwas flüssiger. Und da kann man wirklich bestimmen, welche Konsequenz man haben möchte. Jetzt sind Aubergine dran. Aubergine kann man auch diese Sorte mitnehmen dafür. Ja, das ist witzig, dass du sagst, diese Sorte. Aber in Deutschland finden wir nur diese Sorte. In Thailand ist es nämlich so, dass in italischen Auberginen ein Golfwald groß sind. Die sind wirklich so groß wie sowas hier und sind grün. Das sind thailändische Regime. Und wenn man dort aufwächst, kennen wir nur diese Art. Und es ist schön zu wissen und zu sehen, welche Gefrenzungen es gibt. Ich bin in Thailand geboren, sondern aufgewachsen. Wir haben Ländereien, wo wir sowas anbauen. Und ich bin auch in Bayern groß geworden. Und es ist wichtig zu wissen, was die Thailander wissen, was Thailander anzugehen kann. Und es ist auch wichtig zu wissen, was die Deutschen nicht zu wissen. Weil erst dann kann man das übersetzen und erst dann kann man das Wissen vermitteln. Sehr interessant. Wir schneiden alles ganz kleine Stücke. In Thailand ist es auch ganz üblich, dass man dann rund ein Stück schneidet und alles vorbereitet. Und wir machen diesmal noch kleiner, damit es schneller geht. Und die thailanderische Küche ist auch sehr flexibel. Man kann ja Bolivisch natürlich abschmecken. Sie werden dann auch nachher mitbekommen, wie jemand so, wie man es mag. Und dann auch Curry. Wie sind die hier abgeschmeckt und auch gekauft? Ich habe noch ein bisschen verworten. Ich finde, das Auge ist mit und deshalb versuche ich immer, den Bun zu kochen. Jetzt haben wir schon die grüne bzw. Auberginenfarbe. und sich wieder zu passen. Das ist nicht gut. Und deshalb will ich auch etwas Karotten rein tun. Und wie du schon vorhin gesagt hast, das Abschrecken ist sehr, sehr wichtig in der thailändischen Küche. Wir Thailänder, wir lassen uns wirklich inspirieren von uns und Nachbarländern. Was sie immer kochen und anzugeben haben. Und was wir Thailänder dann machen, ist, wir lassen beliebende Distressen von allen Kulturen. Und wir machen einen thailändischen Geschmack raus. Und jetzt denkt die ganze Welt, es ist thailändisch. Genauso wie mit Zartee spießen und ja. Aber was ist denn das Besondere für thailändische Küche? Oder was ist der besondere Geschmack? In Thailand sagen wir, es gibt fünf. Diese Geschmackskomponenten sind einmal salzig, einmal süß, einmal sauer, einmal scharf, einmal Umami. Umami ist ein japanisches Wort. Und wenn wir jetzt deutsch übersetzen müssen, dann heißt es sowas wie Herzhaft. Das bekommt man durch Geschmacksaubladen von Fleisch oder die fermentierte Sachen. Z.B. Fischsoße oder Sojasauce. Wenn eine Sojasauce in der Sojabohn fermentiert und bei der Fischsoße, ähm, frische. Genau. So, unser Curry küchelt. Ich werde noch etwas, ganz so viel Kokosmilch hinzufügen, damit es bedeckt ist. Und bei der Kokosmilch ist es auch so, dass wir, dass wir in Deutschland zwei Arten von Kokosmilch bekommen. Wir bekommen einmal die Tetra-Packform, genau so wie die Gewicht in Sitz haben, und einmal eine Dosenform. Was ich gerne bevorzuge ist, äh, in der Tetra-Packform, weil man da wirklich auch, z.B. wenn man Curry macht, möchte man das Fetch-Packen draus tennen. Und das geht vor mit dieser Form. Ähm, genau, die Dosenform wurde etwas mit Hitze länger behandelt und manchmal wurde da auch stärker zugefügt. Das heißt, es entsteht nur eine homogene Konsistenz und man kann so hoch und homogene Konsistenz auch nicht mehr tennen. Ja, weil ich aus Thailand komme, bevor sie betrifft. Ja, weil wir wissen, was gut ist und dafür, wenn wir so unterspeisen, isst man immer mit Reis. Und dieser Reis ist etwas Besonderes aus Thailand, da dieser Reis in der besonderen Region wächst und diese Region ist sehr trocken. Um zu übernehmen, ähm, produziert der Reis extra Substanz, was sehr duftend ist. Und ja, dafür ist der Reis wirklich das Besten da in Thailand. Es ist, äh, Tunkula, Longhai, Nordost-Thailand ist hier trocken. Und sie werden dann heute ganz richtig unseren Jasmin Reis probieren, der extra von Thailand hierher geflohen ist. Und es gibt ja natürlich Jasmin Reis auf dem Markt in Deutschland. Aber bis der Weg kommt und bis man dann provisiert, ist es vielleicht wirklich was anderes, was Besonderes hier. Ähm, okay, unser Curry kommt jetzt. Ähm, ich kann noch mehr zu Reis erzählen. Ich bin, ähm, ich bin die vierte Generation von Reisbauern, da sie sind Reisbauern aus. Ähm, und wie schon gesagt, der Reis hier kommt aus Nordost-Ruf und Nord-Thailand. Ähm, meine Familie, wir haben auch unsere Länder rein ins Reis fahren, unser Plantagen dort im Nordost-Ruf und Thailand. Und da, da herrscht es wirklich, ähm, da ist die Regenzeit wirklich was Besonderes. Und der Monsun, die Regenzeit, der Monsun beeinflusst auf wieviel oft Reis geerntet werden kann. Und in Thailandischen heißt es Na, äh, Nabi, Nabi heißt es, wenn man dann einmal im Jahr Reis ernten. Und im Vergleich, ähm, oder im Gegensatz zu Nablai, Nablai heißt wirklich, wenn man dann bis dreimal Reis ernten. Das ist da, wo der Region, wo mehr regnet. In diesen Regionen konnte man einmal im Jahr Reis ernten. Und dann, ähm, haben die, die Menschen vier, fünf, sechs Monate kaum arbeiten. Diese Zeit wird Seide hergeschüttet. Das ist der Stoff von den Seidenherstellern. Deshalb ist jeder Reisbauer in Thailand, ähm, nicht nur in der Essensbranche tätig, sogar in der Modebranche. Ähm, die sind, ähm, die sind gebraucht hier. Genau, die sind gebraucht hier. Genau, die sind gebraucht hier. Und jede einzelne, ähm, genau, ähm, wie sagen wir, strecken vor der Wiggenwände hat, geweht. Und diese Geschichten, das erleben wir, wir gehen in Thailand, diese Kochkurs. Und wie gesagt, es geht nicht nur um diese Kochkurs. Es geht wirklich um das Leben, die Mensch dort, die Kultur dort. Und, ähm, das Schöne an meiner Familie ist, wir sind ein materiarchisches Projekt. Erst die Frauen. Ähm, wir haben das liefbares Sagen. Und, ähm, wir haben, und wir sind stolze Reisbrauen. Und geben das Wissen auch weiter und wollen auch, dass sie sozusagen mit anderen Eisbahnen umstehen. Hier, wir sind sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Weil das Einzige, wo wir keinen, wo wir keine Angaben bekommen haben, ist das so ein Job, was wir machen. Die meisten von uns sind Juristen und Richter oder Ingenieure, ähm, oder Entrepreneure, genauso wie ich. Aber einmal im Jahr nehmen wir uns 10 Tage Zeit. Diese 10 Tage sind in Thailand sehr besonders, weil in Thailand wird durchgearbeitet, man nimmt kaum Urlaub. Und in diesen 10 Tagen steht jeder, egal wo der Hüserichter von Thailand ist oder der größte Ingenieur, du stehst mit einem Reisbauern da im Feld, in diesem Reisfeld. Und du stehst wirklich mit den Füßen im Vasaat gepökt und der Erd ist im Reis. Und so wollen wir unseren Helden-Kächter und Reisbauern auch wirklich ein Zeichen geben, dass, ähm, egal wer du bist, welche Krankheit du hast, ähm, dass wir wirklich sehr stolz sind, dass wir mit dem Thailand sehr ehren. Ja, das war ja was Besonderes von Thailand. Ähm, ich sag nur kurz dazu, zu dem Stoff oder unserer Zeige. Wir haben sogar irgendwas mitgebracht von dort, das ist ein königliches Projekt, welches, ähm, unsere Bergleute in Thailand unterstützen, wo die Leute nicht mehr Opium anbauen, sondern, ähm, webeln und Seine und, äh, Handarbeit machen. Und, ähm, der Preis ist genauso wie Thailand. Sie werden ja in Thailand auch genauso wie den Preis kaufen müssen. Und hier haben wir ja unsere Produkte und Reisbauzeiten. Hier auch, du kennst sie auch, Erwerber, sie helfen auch dabei, die Leute so, ja, ihr Tassengeld zu verbessern. Ja, und Bär, was hast du jetzt reingetan? So, ich hab euch ja schon vorher gesagt, das Besondere des Geheimnisses der Teiküche ist, die beginnt der Auswandung für den Geschmack. Durch Geschmackskomponenten, wiederholen wir nochmal. Salze. Das bekommen wir in Thailand nicht mehr an Salz, sondern durch Fischsoße. Wenn wir die Fische in Salz reingeht werden. Und, äh, wenn wir Fischsoße reintun, haben wir noch Umami. Jetzt haben wir schon zwei Komponenten drin. Ähm, was kommt noch? Süß, genau, süß. In Thailand benutzt man zum süßen, ganz traditionellen Palmzucker. Palmzucker hat nichts zu tun mit Palmöl. Palmöl ist wirklich super schlecht in der Umwelt. So wie am Regenwelt abgeholt sind, wenn man dann nicht so viel entfährt und sät, die ganzen Konzepte quenzen. Dann möchte man keinem Unternehmen mehr unterstützen, die Palmöl benutzen. Kannst du jetzt was ganz anderes? Da arbeitet die große Industrie, die wir mit kleinen Bauern zusammen. Diese Bauern sammelt den Nektar von Palmblut ein. Bei Qual heißt es auch Kokosblütenblätter. Und, ähm, genau, dieses Nektar, wie es ja Nektar sagt, wird eingedächt und eingedächt und erhält sowas. Hartes und braunes, das muss geschabt werden. Und es ist eben eine schöne Süße. Und diese Süße hat eben auch ein bisschen Nährstoffe. Es ist nicht so gut beim weißen Zucker, dass man nur Chlorien hat und Zero und kein Nährstoff. Das schab ich jetzt mal, dann geben wir es auch rein. Und dieser süße Geschmack ist sehr, sehr mild und sehr bekanntlich. Es sieht viel aus, aber es ist wirklich sehr, sehr mild. Und man bekommt auch diesen gleich ameligen Geschmack ein. Mit dem Koffen von diesem Nektar. Okay, wie viele Komponenten? Koffe. Das ist ein bisschen sauer. Flüss ist schon drin. Sauer. Sauer. Und man hat auch schon viel mit Geld gekauft. Ja, in Thailand sagen wir Aroidi. Aroidi schmeckt gut. Und das gefällt mir alles zusammen. Aroidi. Wenn Sie dann, äh, hören wir jetzt. Dann wird jetzt, äh, gemacht von der Sky. Und am Schluss essen wir ja gemeinsam. Und probieren wir wieder raus. Aroidi. 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 Aroidi ist besser als Aroidi. Aroidi kommt ja. Diese Firma nimmt ja Aroidi. Das heißt, es ist guter. Aroidi. Aroidi. Wir kochen jetzt Thai Massman Curry. Es ist vegetarisch und richtig. Wer ein Dressant hat, kann hier bei uns kurz ein Häuschen machen. Sie probieren dann mit uns mit. Wir teilen dann nachher aus. Mh, super lecker. Ähm, wir brauchen noch ungefähr zwei Minuten. Und dann können wir probieren. Aber bitte, wenn wir probieren, vielleicht eine Minute warten. Und das Curry schmeckt am besten. Wenn wir sind dann auch da. Wenn wir gegessen werden, dann können die ganzen Geschweizklosten, was da auch wirklich schmecken. Aber sie schmecken das immer sehr leckerlich ab. Mh, der Schärfe auf. Dann schmeckt man ja nicht mehr. Der Reis ist auch gerade gekocht. Ist auch ein bisschen heiß. Das heißt, wenn Sie dann von uns bekommen, warten Sie kurz und machen. Dann gönnen Sie wirklich. Wir gönnen uns ein kleines Päuschen. In Tessen was Leckeres. Das ist eben hier mit Schluss gekommen. Und danach, zu 13 Uhr, haben wir auch Kräuter, Teikräuter, Wellness und Bar. Und hier auf den Bühnen wird auch ein Teil ein bisschen Kräutertee gemacht. Und gezeigt, wie wir sind sie dann bei uns. Nach dem Essen dann verbindet sich auch mit. Und wenn man dann mit dem Bauch und dem Magen was Gutes bekommt, dann bekommen die Seele auch was Gutes. Ja. Und bei Böden bekommt man auch Gutes über die Seele und den Magen. Ja. Sehr schön gesagt. Wir müssen ja immer, ich betreibe eine Brötchen zu bringen. Und die Teil der Brötchen hat eine Thailfamilie das wirklich geschafft. Wir haben Essens, wir haben Massagen. Und wenn man in der thailändischen Familie aufwächst, ist jedes Mal nach dem Abendessen Massagen angesagt. Das ist tatsächlich traditionell. Wir haben das Gefühl, die thailändische Familie hat extra viele Kinder. Denn wie die Kinder, die erheißen, was wir haben. Das machen wir jeden Tag. Ja. Jedes Kind muss gelernt haben, um die Eltern mal massieren zu müssen. Ich frag mich immer, als ich klein war. Warum? Oh, jetzt hab ich das ehemisch. Gut. Das duftet auch hier sehr, sehr gut. Wir teilen auch nachher aus. Sie bleiben bei uns kurz. Und ich probiere mal einen Massmann-Körner, jetzt mitgetarisch diesmal. Und man findet dich auch jetzt neulich in Berlin, ne? Ähm, ja. Ich bin jetzt seit sechs, sieben Tagen nach Berlin gezogen. Ich komme aus München, eigentlich komplett groß geworden. Und nie muss gleich gesagt, bin leicht auf der reichlichen Akzent. Aber ich möchte mit den Crane Tiger etwas größer machen. Ein bisschen Kopfkursen habe ich schon seit ein halb Jahren in München. Aber ich möchte hier alles erinnern, den deutschen Markt wirklich analysieren. Und wir gehen jetzt in Berlin. Das ist ja bei uns in Frankfurt. Wir gehen jetzt in Hamburg. Aber in dieser Zeit, ich werde ihn plenarisch beglücken. Und ja, kommen wir besuchen. Unser Kopfkurs ist ein Vollwitzplatz. Kochkurs ist ein Ausdruck. Aber wir wollen jetzt neue Klassen-Erbungs-Termine launchen. Und, ähm, Schwerter bin ich am Schlag. Da könnt ihr mir Probleme geben. Ich schicke mir irgendwie eine Kurate nach. Ich bin, dass ihr bereit ist. Und es ist ein junges Unternehmen. Deshalb können wir auch auf alle einen Kunden eingehen. Sehr interessant. Und sie ist auch bei uns in Thailand. Wir haben ja auch auf der Messe. Sie sehen Tage, wenn sie Fragen haben und mal was anderes machen. Sie können ja einen thailändischen Abend machen und kochen. Sie haben ja dabei geguckt, wie es schnell geht. Und dann laden sie ihre Gäste ein und gucken, was thailändisch machen. Weil die mädlichen thailändischen Abend zusammen mit ihren Gästen eine Überraschung wäre doch was, oder? Ah, jetzt ist der Curry bereit. Und ja, kommen Sie einfach hier nach vorne auf dem Bühne. Wir teilen ihn aus. Der ist noch heiß. Sehr heiß. Warten Sie kurz, wie man sagt. Man sollte einen lauwarm essen, damit man dann alle Geschmäcke aufnehmen kann. Nicht so heiß. Weil es heiß und härfer. Das macht ja noch härfer. Das tut uns nicht gut. Wir warten Sie noch einen kurzen Moment. Und genießen Sie erstmal so die Wärme in der Hand. Und ja. Bitte warten Sie. Nur eine Minute, bis es wirklich dann so bekrämmlicher und lauwarm ist. Und dann hat sie ja den Curry gekocht. Es hat ja 15 Minuten gedauert. Und ja, das probieren Sie erstmal. Und dann werden Sie selber erleben, wie wirklich der Massmann Curry schmeckt. Und die Mail findet man auch auf ihr Facebook. Prime Tiger. Und sie ist auf dem Stand hier um die Ecke. Wenn Sie den Curry probiert haben und noch Fragen hätten, können Sie gerne bei ihr vorbeikommen. Und sie bietet auch die Currypasta in vielen Geschmachrichtungen. Und der Preis ist auch günstiger, als man dann im Supermarkt erwerben kann. Wir machen ja den Preis für die Messe. Und wie gesagt, der Reis ist hier aus Thailand. Der Reis ist noch... Es gibt schon im Asiensupermarkt, finden Sie schon das mit dem Reis. Aber diese Sorte ist wirklich was Besonderes. Es wird noch nicht so viel produziert. Aber Sie sind... Sie haben ja Glück. Sie haben ja jetzt probieren können. Das ist ja was Besonderes. Ich gehe mal runter. Unser Zuschauer haben ja den Curry probiert. Ich frage Sie mal, was Sie dafür halten. Sehr lecker. Sehr lecker. Lassen Sie diese Klinge eigentlich entgehen. Wir kochen jetzt Thai-Massemann-Curry, die wer kocht. Und schon auf der Bühne. Der Curry ist fertig. Wir teilen aus. Ich frage mal Sie. Sie haben ja süß gekocht, wie weit hat denn gedauert. Warte ich mal wieder. 20 Minuten. Und wie schmeckt der Curry? Sehr schmeckt. Sehr schmeckt. Sehr schmeckt. Echt. Arrange. Echt. Arrange. Ja, wir teilen noch den Curry aus. Und wie gesagt, wir haben ja 20 Minuten gebraucht für den Curry. Und so das heißt, wenn Sie Interesse haben, machen Sie ja den thailerischen Abend. Machen Sie den Curry zu Hause. Und wollen Sie sich vorstellen, zu Hause was zu machen? Ja, lassen wir auch manchmal. Ja. Sehen Sie? Ja. 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 Das ist ja toll. Ja. Jetzt haben Sie was, was von der Grünen Woche von Thailand mitgenommen. Und ja, machen Sie einen thailandischen Abend. Oder machen Sie eine kleine Thailand-Reise hier in Taipa. Wir haben ja sehr, sehr viele thailändische Produkte für, ähm, wie sagt man denn so? Wir kennen den Preis hier mitgebracht. Wir haben Kokoschips. Wir haben Kokoswasser, was wirklich, ähm, konzentrat ist. Und man kann ja im Wasser auslösen und ja sofort trinken. So wie Füsse, Kokos-Stuff. Und wir haben Chips. Wir haben Nüsse. Wir haben Macadamia, Nüsse. Wir haben Handarbeit, äh, Handycraft, thailändische Produkte. Sie können wirklich, machen Sie eine kleine Reise. Thailand-Reise hier auf der Grünen Woche in Taipa haben wir. Wir haben nur zwei. Wir haben nur zwei.